Willkommen zu meinem neuen Video von meinem Bruder der Kanal, ja. Heute zeige ich dir das neue Blue Cave. Ey, was machst du hier? Was machst du da an meinem Handy? Hallo? Geh da weg! Nein! Ey, ey, ey! Äh, tsch! Ähm, ja, was hat die da überhaupt für ein Schiff? Nein, nein, was gewusst ist. So, nee. Was hat die hier mit meinem Haarzeug gemacht? Oh Gott, nein. Ja, egal. Also, heute zeige ich euch das, okay, im Update, was es gab. Ein bisschen weird gerade, ich weiß, aber egal. Ähm, so, und zwar, es gibt ein neues Haus. Und ich kenne da sogar schon alle Secrets, denke ich mal. Aber erst mal zeige ich euch das Haus unten. Hier kann man sich hinsetzen, ganz normal, so wie man es kennt. Und da hinten gibt es so ein kleiner kleines Feuerchen. Kann man anmachen, irgendwann wird dann die Nachricht gezeigt. Ja, hier kann man das Pool spawnen. Das ist leider Premium. So wie jeder Pool. Dann, hier. Jetzt kommen wir zum Haus unten. Hier ist das normale Disasterding. Feuer anzünden. Baby Sachen spawnen. Und, aber das ist ja gar nicht wirklich das erste Coole. Hier, guck mal. Wenn man hier am PC ist, gerade Videos schneidet. Aha, aha, aha. Da kann man hier so einen kleinen Cream machen, warum auch immer, wenn man das haben sollte. Hier ist ein Playbutton, den gibt es nicht im Itemmenü. Das steht, mein, richtiger Name ist scheiße. Ähm, ja. Und hier ist dann auch nochmal. Hier, ja. So, dann hier, das nächste Coole. Den Computer kann man nicht anmachen, das ist nicht das Coole. Aber guck mal. Hier ist ein Greenscreen. Den kann man wechseln. Ist das nicht geil? Und dann hier, kann man Fortnite oder Minecraft oder Roblox oder Brocaven spielen. Hier auf dem PC, das gleiche, das muss ich ja jetzt nicht zeigen, hier. Hier sind irgendwelche komischen Bilder. Warte mal. Guck mal. Das da sieht mir aus wie ein Code, wo man einscannen kann. Ahnung, meins. So, jetzt halt. Hier im Bad. Nichts Besonderes, ne. Das ist halt ein normales Bad mit einem coolen Spiegel. Hier Zahnbürste und Kamm. Kamm. Hier einmal Handtücher. Und dann die Toilette. Warte, weggucken. So, das war's. Im Moment. So, jetzt. Und hier ist eine normale Dusche. Hier ist Licht. Das ist Regenbogenfarben, so wie hier. Aber hier in dieser Küche gibt es ein Secret. Und zwar Waffeln. Spaß, das ist nicht das Secret. Und zwar hier. Wenn man hier, warte, wenn man hier an der Seite drauf geht, warte, nee, hier, und dann hier durchläuft, kommt man zum Geheimsee, wo mein Geld ist. Wie war das Punkt? Ja. Die gemeine Geld, die bei die Gelde fließt. So, ja. Sonst ist es auch nichts neu, ne. Was, 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 was soll ich sagen? Ja, weißt du es schon? Tschüss. 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 Jeebane zejście tak wykańcza, jakby w chuja dziabłacie szaleńczo. Jedno w głowie mam, koksu pięć gram, odleciec sam, w krainę zapomnienia, w głowie myśli mam. Kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węg. Kiedy skończy